So, ich kann das Telefon gerade auch nicht abstellen, weil ich gerade hier am... So, hängen wir ein bisschen rum. Gucken, wo ist der zweite hin? Ich höre da wen. Das könnte aber ich gewesen sein. Na ja, suchen wir mal weiter. Vom Geräusche müsste einer gestorben sein. Okay. Da höre ich doch einen Schrauben. Verdammt, wo wimmer die denn? So, da kommt der Nächste. Oder eher der Metzger, da hast du recht. Verdammt. Komm in meinen heimlichen Keller, falls das Haus einen hat. Oh, da bin ich falsch abgebogen. So, wo ist er denn? Lieg schon wieder einfach hier so rum, immer. Mach doch was für dein Geld. Da hängt der Nächste. Da hängt der Nächste. Warte mal, der ist wieder auf der Flucht, der Spectre? Ja, okay. Eine japanische Machieter, das kann sein. Ich kenne mich da nicht so aus. Jetzt meine ich, wenn ich einen Schraubenschlüssel irgendwo höre. Ach guck mal, hier war einer. Der hat sich gerade mal vorbeigeschlichen. Wo ist der hin? Da sich meine Fähigkeit nicht auflädt, ist keiner in der Nähe. Aber hier war gerade einer. Na, hi. Wo ist der jetzt hin? Ich habe gerade auf den Schritt geachtet. Da ist das Feuer. Ich habe die Luke gefunden. Okay, muss ich mir merken. Die nützt mir nix, aber die nützt das. Wenn einer noch überlebt, kann er durch die Luke abhauen. Habe ich nicht jetzt gerade einen Schraubenschlüssel gehört? Sau, du Arabische. Da legst du die Niederheimer. Spektra, ich glaube, den habe ich in einem meiner Spiele schon mal erledigt. Da ist der Ausgang. Der ist am Kämpfen. Wieder versuchen, den jetzt zu retten, oder? Der dünstelt jetzt vor sich hin. Notstromgeneratoren. Ja, sowas ähnliches. Glaube ich. Die müssen eine bestimmte Anzahl erreichen. Die haben den einfach im Stich gelassen. Die sind abgehauen, die Feiglinge. Das sind keine Teamplayer. Ja, die müssen die anschmeißen, damit die Ausringe sich öffnen. Sind die beiden einfach rausgerannt? Auch nicht schlecht. Der ist tot. Knallharter Sieg. Geht doch. Was? Jetzt sogar noch einer. Na dann, herzlich willkommen im Stream, wenn man sich da gerade wieder eingeschaltet hat. Jetzt sehe ich die Maus mal wieder nicht. So. Machen wir hier mal weiter. Na, 8000 Fehmern. Welcher soll der denn? 5? Genau, der Metzger. Da ist man mit meinem Lieblingskiller. Weil du hast da noch vier andere. Einmal den Fallensteller. Dann noch den Typen mit seiner Kettensäge. Dann hast du noch einen Geist. Und dann hast du noch eine Krankenschwester. Und der ist seit Halloween neu dazugekommen. Michael Myers aus dem selbigen Film. Und den Killer mag ich irgendwie. Schon wieder zwei Zwillinge. So, ich würde sagen, die Runde mache ich noch. Und dann ist... ...ist gleich zwölfter die Schicht im Schacht. Weil ich muss gleich hier nochmal den Anruf beantworten. Den Telefonanruf. Da war meine Freundin dran gewesen. Na ja. Ich denke, man ist nicht jedermanns Sache hier. Das bei Daylight. Deswegen hat er mal rein. Ist wie beim Fernsehen. Da guckst du dann beim Kanal rein. Und dann stellst du wieder um. Wenn du denkst, ach nichts Gescheites im Fernsehen. Gehst weiter. Alter, du hast ja hier auf Hitbox. Da streamen ja noch andere. Nicht nur ich. Da guckst du dann einfach nur mal. Was da gerade los ist. Was die anderen so gerade machen. Wundert mich, dass dir überhaupt jemand zuguckt. Was war das jetzt für ein Perk von denen? Da guckst du dann. Na gucken wir mal. Ne, nächstes Level noch nicht. Da muss ich mir noch dieses andere da freischalten. Wenn ich das alles freigeschaltet habe, dann würde ich jetzt in Level 5 kommen. Aber da fehlen mir jetzt noch 8000 Punkte. Was heißt denn, dass ich die jetzt beim nächsten, wenn ich Glück habe, jetzt erreichen kann? Kann doch auch sein, dass jetzt alle vier flüchten. Alle vier fliehen. Je nachdem, wie gesagt. Kommt drauf an, wie erfahren deine Gegenspieler sind. Das weißt du ja nicht. Wenn das jetzt schon Dead by Daylight Profis sind. Ach, gucke mal. Das ist die Karte aus, äh, die zu dem, äh, Michael Myers gehört eigentlich. Das Problem ist, du kriegst mal zufällig Karten, du kannst sie nicht aussuchen. Und die ist richtig schön verwinkelt. Die passt eigentlich zum Killer, aber ich bin zu blöd, die Karte richtig auszunutzen. Also da luse ich, da luse ich jetzt ab. Da krieg ich keinen einzigen. Obwohl, hier sind schon die ersten Spuren, sehe ich gerade. Hi. Das war ja einfach. Schon mal. Gucken, wo ist der jetzt hin? Ähm. Na, deswegen kam er nicht vorbei. Der hat mir einfach hier ein... Häufel hingesetzt. Okay, hier ist der Ausgang. Äh, ja, äh, genauso viel wie jetzt. Zwischen 0 und 1. Ab und zu mal 3. Da rennt doch schon wieder einer. Das Problem ist, die Karte ist zu verwinkelt. Da kommt noch nicht mal der Killer hinterher. Da ist das Problem. Wenn die können rennen und dann schleichen, dann siehst du die nicht mehr. Und ich suche, ich suche so selten meine Fähigkeiten ein. Das ist das Problem hier. Vielleicht sollte ich hier mal schleichen. Ich sage, bei der Karte, die ich habe, das ist nicht so meine. Die ist zu verwinkelt. Da ist der Karte. Super, jetzt habe ich mich im Keller verlaufen. Ich sage, so verwinkelte Karten mache ich überhaupt nicht. Zehn Zuschauer? Echt jetzt? Wow. Na dann, herzlich willkommen im Stream, wenn man gerade zuguckt. Da schleicht doch einer. Dreh dich nicht um, denn der Michael geht herum. Na, toll. Ey, was wird das denn hier? Hahaha. Ich müsste eigentlich die Fähigkeiten von ihm einsetzen und kann nicht hinterherrennen. Das ist das Problem. Bleib stehen, ich will dich abschlachten. Ihr Mörder kommt hinterher. Los, bleib stehen. Bleib stehen. Wieso, jetzt sollte ich. Geht doch. Elf Zuschauer, zwölf. Wow. Und immer rein damit. Immer herzlich willkommen, wer gerade da zuguckt. Na toll, zum Haken komme ich gerade nicht rüber. So. Komm, häng mal ein bisschen ab. Befehl vom Chefkiller. Kannst du aber gut schreien. Du kommst aus dem Chor, wa? Da hinten, da parkt doch einer. Renn, renn um dein Leben. Ja, nee, ist klar, Murat. So. Wo ist er jetzt hin? Da. Ach, du Idiot. Der spielt jetzt ein bisschen. So, einer ist noch irgendwo. Ne, zwei. Zwei sind raus, zwei sind noch da. Ah, ihr freundlicher Metzger hat es nicht geschafft, die zu treffen. Stellen wir uns nochmal den Ausgang. Hallo. Na, ein bisschen langlaufen. Ah, der sucht den anderen Ausgang. Wo war die Luke? Da hat einer gesucht. Wo war der andere Ausgang? Da hinten. Ja, wie gesagt, ist wie beim Fernsehen. Da guckt man zwei Minuten. Wenn es einem nicht gefällt, dann geht man wieder weiter zum nächsten Kanal. Der ist hier gar nicht. Ja, der hat sich zum nächsten Mal ausgang verpisst. Muss auch mal sein. Aber dafür haben wir vorher... Aber die Maus ist schon wieder weg. Das ist hier... Moment. Naja. Dafür mal davor. Die Hälfte. Ey, Level 5. Geil. Wir haben es geschafft. Das Beste kommt zum Schluss. Du suchst einen Überlebenden beim Heim. Solange seine Besessenheit andauernd, ist die Abkühlzeit erfolgt. Nur sagen wir, 14% verringert. Das ist ja cool. Aber ich kann das nicht so fortnehmen. Ich muss immer vom roten Punkt aus starten. Er hat den Dankfestflyer. Erhöht die Chance noch. Okay. Nehme ich doch das Ding mal. So, ja gut. Wir haben 0 Uhr. Aber wie gesagt, ich muss jetzt eh Schluss machen. Weil ich muss auch einmal hier meine Freundin zurückrufen. Sonst dreht die gleich einmal Rad. Ja. Ne, 12 Uhr ist. Jetzt mache ich aber auch Schluss. Weil ich werde jetzt so ein bisschen müde. Ich kann nicht so lange Computer spielen. Das ist das Problem. Weil letztens die Konzentration irgendwann mal nach. Na gut. Also ich mache dann jetzt Schluss. Ich sage dann mal Danke fürs Zugucken. Danke, dass ihr oder du dabei gewesen bist. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann.